Ich hab keine Ahnung ob das die zweite war, vielleicht auch die dritte oder die vierte? Einige Tja Leider Zubauen an der Stelle Die, 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 die Fui, die, die Hätte ich gestern mal noch machen sollen Manneken, warum hast du schon wieder Hunger? Hier, friss Chili Das Vieh hat immer Hunger, weißt du doch Woher er das hat? Von dir Weil du genauso verfressen bist Gar nicht wahr Doch Nein Klar Alter, ist doch nicht dein Ernst hier Was denn? Nächste Weg Pikmin Nächste Festung Nächste Festung durchgegraben Ich glaube eine Entfernung von 130 Blöcken sollte Du kleiner Drecksack Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ohhhh Nur du ist mir überhaupt gar nicht leid Bist halt nur du Nächste Festung Nächste Festung Nächste Festung Erstmal Anti-Blaze-Schutz Spitze Kack Spitze Kack 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 Nächste Festung Nächste Festung Nächste Festung Nächste Festung Nächste Festung Tja Verdienst du doch auch Es bist du leicht das Herz in Hose stecken Aber du verdienst es doch auch Nein Doch Vollnartiger Mensch du ha ha sie nicht nach wer denn sonst ich hab schon gelacht kohle oh man ey 6 dem 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 vor vorsichtig sein wenn ich hier um ein tier oh man ist das mies ne doch ich glaube die böcke geben auch einen ganz guten chisel effekt vielleicht eieieie was ist denn jetzt hier los also nicht ob die das bringen das kann ich dir nicht sagen ach was spawnt ja eh nix drin wenn er in block ist ja er scherzt gleich genau mit dem äh torches äh torches ich möchte auch was denn eine portal eine sehr günstige position na dann du kannst ja von dem portal ja auch nochmal weiter nach hinten gehen auf zartu hast du halt übelst große wege ja ja markierst du sie einfach fertig ist der lachs ja wo hattest du deine quarry eigentlich hingetan tasche tasche ja konnte ich ja viel suchen aber gut dass ich genug die erste hatte deine quarry aufbauen hä quarry aufbauen hab ich doch um das hier auszuhören deswegen hat das noch so lange gedauert naja wenigstens wenigstens hat das kürzer gedauert als wenn ich das selbst gemacht hätte bei hand besonders wie viel eisen er dann durchgejagt wäre ja wär noch das größere naja ich kann ich kann das halt auch mit meiner Spitzhacke machen die ich hab mein dir ja durch die ganzen abbauen von ähm sag schon von den ganzen ja von der ganzen kohle und so die ganzen erfahrungspunkte da ging das ja noch alles klar ich bin irgendwo unerund aber halt die dir es würde in anderer zeit nicht mehr reichen zum reparieren also wo bin ich denn hin sag nicht ich bin an dem see wo das witcher doch später entkommt mikrofon muted was könnte der see sein ne keine ahnung wo ich hier bin mikrofon activated muss später was denn sein äh das villager doch ach so hab das witcher doch verstanden village pfffff oh skelette geht aua tsch 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 abok doch bei tsch tsch Du stürzt immer gerne Gerne Doch Scheiße Erkältung ey Das ist so nervig ey Habt Ja Hm, ist richtig Affenkopf Das Ding war ja auch noch da Die Frage ist halt Wo wollen wir das dann hinstellen Zum Einlagern Was? Wo das dann hin soll Keller? Ja Die Kiste Weiß ich nicht Macht doch mehrere Einen am Feld definitiv Einen am Haus irgendwo Na gut Wir wollten ja eigentlich eh Ender Chest nehmen Dann kannst du einen Ender Chest irgendwo hinstellen Das ist ja egal, so nah wie möglich am besten Du willst ja vielleicht noch welche am Haus haben Dass du vielleicht direkt was reinschmeißt Ja Ja ne ich mein generell Ender Chesten Dass wir die Ja genau, Ender Chest Man sollte hier Ender Chesten auch überall verteilen können Sonst Ja sollte es die Ender Chest sein Jetzt kann ich ja zum Beispiel aus der Hölle direkt so sagen Okay zack weg Ja Na Lava wie geht's dir? Lava tschüss Lava tschüss Lava Warum werden denn jetzt alle Portale über Lava sehen sein? Weiß er nicht Boah das ist viel zu viel Scheiße Was ist jetzt so viel? Ja das hier fertig zu machen Na und? Wolltest du doch machen Kann ich mal den Rand wieder hin machen? Der hier Durch die Quarry weggemacht wurde Geh weg kleiner Pigman Ich bin schon wieder aus der Welt gegangen Also lass mich in Ruhe Das hier Pfff , Pfff Pfft 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 Pfff Oh die sind hier nicht Uah es ist somebody draußen Cool Meine Ahnung Bei mir ist es auf jedenfall lava hell Ich geschlafen Haha Ich höre nur ein Skelett brennen Oh da steht ein Küper hinten, okay Machst du gar nix Oh, Küper ist tot Oh Oh Warum haben du das gemacht? Talum Kann man ja das bei Taylor nehmen? Nee Ah Was? Ah, ich höre schon Laces Ah Oh, hätte ich die Dage reingetan, hab keine Ahnung Ah Oh Nein Oh ne Diaspitzhacke Ah Ich weiß, ob sie dir am Block falsch gesetzt Trottel Tja Da ist ein Trottelbiss wissen wir Dipp 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 D Penn Ah, die gehen also nicht... Bei den beiden bin ich jetzt sehr gespannt, wo man da rauskommt. Oh, ich hasse ihn. Ich hasse mich jetzt schon wieder. Warum arbeitet mein Kopf eigentlich immer so dumm? Ich habe überlegt, die ganzen Portalräume, wo es nach draußen hingeht, so ins Keraren bauen, wie hin geht dir das Wüstendorf, so ein Wüstentempel hinzubauen. Ich hasse mich. Da widerspreche ich dir nicht. Warum, mein Kopf, warum, warum so Matsch? Oh, du behindert bist. Wo bin ich denn jetzt hier? Wie geil das Portal, die sitzt einfach mitten so, zwischen so einem Fluss oder so. Okay. Matsche. Äh, oh, ach. Aber er hat was. Findest du? Wie geil. Wie geil. Wie geil.